Hi, hier ist der Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr bei OpenOffice Kalk das Datumsformat anpassen oder halt auch ändern könnt. Das geht super einfach und ich zeige euch aber vorab erstmal, wie man das Datum überhaupt eintragen kann. Da gibt es wirklich mehrere Möglichkeiten und zwar standardmäßig schreibt man ja mal so 01.01.2016 zum Beispiel. Natürlich muss man das auch richtig schreiben. So und ja, ihr seht aber die 2000 wird gekürzt, das heißt es gibt dann nur die zweistellige Jahreszahl hinten. Aber man kann das zum Beispiel auch so schreiben, 01.01.16, also noch ein Punkt, 16. Und das geht genauso, dann passt das auch wieder an. Es geht aber auch so zum Beispiel 01.01.16 oder Bindestrich zum Beispiel oder eben auch mit einem Schrägstrich 01.01.16. Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, das über die Funktion zu machen. Einmal könnte man das so machen, dass man sagt okay, man gibt ein Gleichheitszeichen ein, schreibt einfach heute Klammer auf Klammer zu. Und ich drücke dann Enter, dann kommt natürlich ein anderes Datum raus als hier vorne, weil wir haben schon den 27.05. Und das gleiche funktioniert auch mit jetzt, das heißt wir gehen ein Gleichheitszeichen ein, schreiben jetzt Klammer auf Klammer zu. Und hier werden aber allerdings dann ja nicht nur der Tag angezeigt, sondern auch die Stunden und Minuten. Dafür ist die Zelle allerdings zu klein, deswegen haben wir hier diese Raute-Symbole, damit kein falscher Wert abgelesen werden kann. Und ich klicke jetzt mal hier doppelt zwischen die beiden Spaltenköpfe und dann seht ihr, 27.05.00 Uhr, 0.31 Uhr. Eigentlich hätte ich schon längst im Bett sein müssen, aber egal. So, ihr seht, das sind alles Daten, also Datumsformate und alle wurden anders eingetragen. Die wurden ja angepasst, aber die sind auch anders. Aber jetzt kommt es darauf an, wie wir das haben wollen. Und zwar klicken wir einfach mit der rechten Maustaste auf die Zelle, wo das Datum drin steht. Und ich nehme jetzt mal diese hier, ich klicke mit rechts rauf, gehe auf Zellen formatieren. Und dann haben wir ja schon hier das Registerblatt Zahlen. OpenOffice Kalk war so schlau und hat uns schon hier den Datumsbereich aus der Kategorie rausgesucht. Und hier können wir schon unser Datumsformat aussuchen, so wie wir das haben wollen. Und der Formatcode hier unten, den könnt ihr sogar noch individuell anpassen. Das heißt, schaut euch ruhig mal die einzelnen Einträge an. Wenn ihr zum Beispiel eine vierstellige Jahreszahl haben wollt, ja, dann klickt hier rauf. Dann seht ihr hier in der Vorschau, wie sich das nachher auswirkt, genau auf diese Zelle. Und der Formatcode ist jetzt TT für Tag zweistellig, Monat halt auch zweistellig, MM. Und das Jahr halt vierstellig ausgeschrieben, viermal das J. Wollen wir das nur zweistellig haben, dann achtet mal auf die J zum Beispiel, dann sind da auch nur noch zwei J. Das heißt, hier steht nur 16. Wollt ihr das mit dem Monatsnamen komplett ausgeschrieben haben, das ist auch interessant zum Beispiel, dann habt ihr nämlich mehrere M's. Drei M's für einen abgekürzten Monat, vier M's für einen voll ausgeschriebenen Monat. Genau so könnt ihr euch das hier im Prinzip anpassen. Ich nehme jetzt erstmal hier für diese Zelle hier oben die vierstellige Jahreszahl. Ihr klickt einfach auf OK und dann habt ihr das. Jetzt machen wir in der nächsten Zelle das ein bisschen anders. Allerdings werde ich das schon mal ein bisschen breiter machen. Rechte Maustaste, Zellen formatieren, dann Datum, also Kategorie Datum natürlich. Dann nehmen wir mal dieses hier. Dann seht ihr hier schon in der Vorschau, wie sich das auswirkt. Ich sage OK und dann sieht das halt so aus. Die Formate lassen sich ganz einfach übertragen, auch in die nächsten Zellen. Das heißt, wenn wir hier drauf sind, dann könnt ihr hier über diesen Formatpinsel hier einfach mal draufklicken und dann klickt einfach die Zellen an. Also jetzt könnt ihr auch beide anklicken hier sozusagen und dann passt sich das Format an. Hier gehe ich nochmal kurz zurück. Hier mit der rechten Maustaste wieder rein. Zellen formatieren. Und wie gesagt, ihr könnt das alles individuell anpassen. Ich klicke hier mal kurz rein und dann seht ihr sogar der Wochentag. Selbst der Wochentag mit vier Ns. Selbst das gibt es abgekürzt. Hier sind dann nur noch zwei N. Könnt ihr alles individuell machen. Man muss halt nur wissen genau, was das alles bedeutet. Das heißt, vier Ms bedeuten halt ausgeschriebener Monat. Vier Js halt eine Jahreszahl vierstellig. Nn ist halt abgekürzt. Freitag. Ja, und dann natürlich ein Komma. Und wollt ihr das zum Beispiel komplett selber anpassen, könnt ihr zum Beispiel auch so was schreiben, wie... Ja, machen wir jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar einen eigenen. Und zwar nehmen wir mal... Was nehmen wir? Nehmen wir mal ruhig das hier. Ja, ihr seht ja wie das hier aussieht. Wollt ihr zum Beispiel das komplett ändern? Könnt ihr das machen? Ihr müsst nur das Format halt nicht verändern. Nicht unbedingt. Ihr könnt das anpassen. Kein Problem. Aber wir könnten zum Beispiel mal... Was machen? Ich schreibe hier mal in Anführungszeichen Datum. Anführungszeichen um. Leerzeichen. Und ihr seht schon in der Vorschau, wie sich das hier anpassen würde. Und hier drüber werde ich das einfach speichern. Das verschwindet dann auch hier in unseren Kategorien und so weiter. Bei benutzerdefiniert steht das ebenfalls hier drin. Und mit OK haben wir dann genau so etwas. Also wie gesagt, ihr habt viele Möglichkeiten darüber. Und ja, sucht euch einfach das aus, was ihr haben wollt. Und ihr habt ja gesehen, wie einfach das ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Comments. Ich werde versuchen dann so gut wie möglich darauf einzugehen. Und ja, vielleicht weitere Tutorials zu machen in dem Bereich, falls ihr bestimmte Wünsche habt. Alles klar. Ich hoffe trotzdem, dass das dem einen oder anderen geholfen hat. Und ich freue mich natürlich euch bei weiteren Tutorials dann wieder zu sehen. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich ebenfalls. Und bis zum nächsten Mal dann. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020